980 Dezibel innerhalb 51 Meter Reichweite vor 22 Uhr. Nach 22 Uhr maximal 82 Dezibel. Verstanden? Machen Sie einfach. Ich denke, das ist das Einsetzen des Bassens. Die Bassdrops. Sollen wir diesen Bassdrop nicht mitzählen? Alles wird gemessen. Gesetz ist Gesetz. Ich nehme einen Limiter. Genau. Wir setzen so einen Lautstärkebegrenzer ein. Abonnieren Sie! Ja, das ist ein Baum. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also wir haben die Ergebnisse tabellarisch erfasst und daraus ergibt sich der höchstmögliche Luftverschmutzungswert von... Musik, it's the music. Ja, Musik, Musik. Ist mir egal, ob Sie so laut furzen oder den Bass auftreten. Es geht um die Lautstärke. Ich nehme einen Limiter. Passen Sie auf. Bei 55 Meter über die Straße gibt es eine Grenze von 72 Dezibel. Sie könnten unter Umständen mit Ihrer Lautsprecheranlage hier, naja, mal diesen Wert, sagen wir mal, übersteigen. Und deshalb beraten wir Ihnen dringend, einen offiziellen Lärmverschmutzungsregulierer für 20.000 Euro installieren zu lassen. Aber das ist natürlich erst für die Volkinspektion 2022. Hat uns gestanden? Entschuldigung. WMG. сохранano. WMG. WMG. ? WMG. 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 Untertitelung des ZDF, 2020